36 cm großer, schöner, zweigesteppter Danichi Ginrin Showa aus der Linie X-Ginrin Showa. Schöner, breiter Schädel. Die Größe ist nicht so berühmt, aber Ginrin Tiere wachsen nicht so besonders gut wie die normalbeschuppten Tiere. Von daher sind auch die 36 cm jetzt nicht so sehr schlecht. Sehr, sehr gutes Ginrin auf dem Körper. Schönes, eng anliegendes Motoguru. Rücken, Flosse, Schwanz, Flosse freigestellt. Schöner, Ginrin Showa untergebracht bis zum Passant KT1.